Liebe T-Online-User, heute geht es in Koschaks Klimakosmos um das Thema, dass lokale Hochwasser in Deutschland zunehmen werden. Die gab es schon immer, vor allem in der warmen Jahreszeit traten schon immer Schauer und Gewitter auf. Die haben zum Beispiel in einer Großstadt in einem Viertel hohe Regenmengen gebracht, aber nur ein paar hundert Meter weiter ist gar nichts passiert. Das ist ganz normal, aber durch den Klimawandel und allgemein durch uns Menschen wird es zum einen häufiger diese Schauer und Gewitter geben mit großen Regenmengen. Zudem werden die Regenmengen noch größer sein als früher und die Schäden, die dadurch entstehen, die werden auch noch höher sein. Das hat zum einen insgesamt mit uns Menschen zu tun, denn der Bauboom bricht nicht ab. Das heißt, wir versiegeln mehr und mehr Flächen. Wenn es dann in kurzer Zeit große Regenmengen gibt, dann kann die Kanalisation das Ganze nicht mehr aufnehmen. Flächen sind versiegelt. Das Ganze muss oberirdisch abfließen und da fließt so einiges in Keller oder auch Unterführungen stehen unter Wasser und die Schäden sind groß, aber auch in der Natur selbst. Wenn es zum Beispiel über Wochen hinweg trocken war, was ja auch sehr typisch jetzt ist mit dem Klimawandel, dass wir wochenlang gar keinen Regen haben, dann ist der Boden so staubtrocken, wenn es dann in kurzer Zeit extrem große Regenmengen gibt, dann kann auch hier der Boden das Ganze nicht aufnehmen. Das wird oberirdisch abtransportiert. Oder es regnet an einer Stelle über Stunden hinweg so lang, dass der Boden irgendwann so vollgesogen ist, dass auch da nichts mehr aufgenommen werden kann, Schlammlawinen zum Beispiel entstehen. Das heißt, für die Natur ist es nicht gut, für uns Menschen ist es nicht gut. Es müsste eigentlich über Stunden hinweg langsam fallenden Regen geben, den sogenannten Landregen. Das wäre wirklich für die Natur fantastisch, aber das tritt immer weniger auf eher diese Extremwetter werden, mehr werden. Das heißt, diese kräftigen Schauer und Gewitter, die zu Sturzfluten führen. Warum ist das Ganze eigentlich so? Durch den Klimawandel wird es ja wärmer und je wärmer es wird, desto mehr Wasser verdunstet. In der Atmosphäre ist dann Wasserdampf und das ist quasi das Futter für Schauer- und Gewitterwolken. Je mehr Wasserdampf in der Atmosphäre, desto mehr Energie und somit werden diese Schauer- und Gewitterwolken größer können, mehr Wassermengen produzieren und so diese Sturzfluten verursachen. Und zudem ziehen sie manchmal sehr langsam. Die Wetterlagen sind eingefahren und das heißt, so ein Schauer- und Gewitterwolken zieht nicht einfach durch, sondern bleibt wie an einer Stelle stehen und verursacht dann hier wirklich in einer Stunde zum Teil 50, 60 Liter Regenwasser pro Quadratmeter und das hat entsprechende Folgen, entsprechende Schäden. Oder wir haben das andere Extrem, wir haben große Windgeschwindigkeiten, das heißt wirklich schnell ziehnende Schauer und Gewitter, die haben dann aber oft auch eine sogenannte Windscherung mit sich. Das heißt, am Boden kommt der Wind aus einer anderen Richtung als in der Höhe und so entstehen Tornados und die verursachen natürlich auch so einige Schäden. Das heißt, wir müssen uns in Zukunft einfach wirklich auf extremere Wetterereignisse einstellen, entweder hohe Regenmengen oder hohe Windgeschwindigkeiten. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, wir müssen uns anpassen und wenn es geht natürlich klugen und effektiven Klimaschutz betreiben, sodass das Ganze nicht noch extremer wird.